Ja, ihr Lieben, der YouTuber Jean-Pierre Krämer, der vertickt jetzt seinen CSL-BMW. Der hat sonst 165.000 Euro gekostet irgendwie, aber jetzt vertickt er ihn. Ich meine, er müsste es nicht, weil er hat über 2,4 Millionen Abonnenten. Ach, so viel kriege ich auch noch bestimmt heute Abend. Komm, alle Abonnenten rüber von ihm. Alle Abonnenten von ihm und alle weiteren Fans des CSL können jetzt aber dieses Fahrzeug erwerben. Ich werde das Angebot auch hier reinpacken. Und ja, dann habt ihr einen schönen CSL. Der Wert ist jetzt aber allerdings mehr... Ja, ich musste kurz stoppen. Der Wert des CSL ist jetzt aber gestiegen. Er wurde damals 2022 auf 1.000 Stück limitiert. Der hat 365.000 gekostet und jetzt kostet dieses Auto wesentlich mehr. Das Angebot packe ich euch rein. Abonniert mich, kommentiert mich und vor allen Dingen, ja, schaut euch das Angebot an. Ihr müsst ziemlich viel Geld in die Hand nehmen. Ich werde das Auto nicht kaufen. Ich bin so eher Porsche-Fan und ich mag andere Autos und VW-Fan. Aber ihr könnt sicherlich mal reinschnuppern. Und wer das Geld hat, kann ihn auf jeden Fall von Jean-Pierre Krämer kaufen. Ja, freut euch auf dieses Fahrzeug. Ist aber allerdings limitiert und ist sehr teuer.